Willkommen zurück beim Landwirtschafts-Simulator 19. Wir beschäftigen uns mit Holz, um da rechts oben dieses kleine Problem mit dem fehlenden Geld beheben zu können. Unseren Feldern geht's gut. Ja, ja, stimmt, da war so ein Mikro-Ruckeln drin. Ich bin auch am überlegen, woran es liegt. An der Festplatte liegt es nicht. Das ist ein SSD. So, hier geht's gut. Gedüngt ist eigentlich alles. Genau. Ich warte jetzt auf die Soja-Ernte, um damit Geld zusammenzukriegen, damit ich mir den Kopf machen kann, wie ich meine Kartoffeln geerntet kriege. Also für jemanden, der hier das ganze Dorf übernehmen will, sind das ziemlich kleine Probleme. So. Stall können wir mal wieder machen und Holz müssen wir machen. Alles klar. Zwei Stämme haben wir. Ach komm. Ah ja, wir haben es ja hier noch. Genau. Hier haben wir ja noch ein Liegen. Na dann. Kettensäge frei. Und ran ans Werk. Pass, funktioniert, schmeckt. Den Arbeitsschutz lassen wir mal wieder sein. Der kostet zu viel. Wir arbeiten fröhlich drauf los. Ja, und schon fallen wir vom Baum. So. So. Na, komm schon. So. 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 Wie lang ist der Baum? Lang genug. Okay, dann war es das. So. 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 Dann ziehen wir jetzt mal den Ast da raus. Ah. Geld. Geld, 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 Geld. So. Ah, da ist unser Flug im Weg. So. So. Okay. Rückwärtsgang, äh, Vorwärtsgang rein. Und ziehen. Wo ist der Baum da? Na, klappt doch alles bestens. So. 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 Super! Und jetzt besorgen wir uns die ganzen Holz-Schnitzel und dann hat sich das Thema auch erledigt. So, unser cooles Frontgewicht abwerfen und dafür gibt's den Stradder. Hallihallo, Stradder! So, HW80, da! Und natürlich gibt es hier Fortschritt auf den Hof, den Anhänger zum Beispiel. Apropos Fortschritt. Lorzi, ich hab mir mal deine Kartoffelmaschine angeguckt, aber ich werde erst zur Ernte entscheiden können, ob ich mir das denn überhaupt leisten kann. Aber sieht recht gut aus, vielleicht nehme ich sie. So, jetzt weil ich alles hier schnell wegschnutze. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich hier. wieder halb voll. Das finde ich gut. So muss es laufen. So. Jetzt hier drüben noch. Moment. Oh, der ist zu groß. So. Da steckt sogar noch was in der Maschine drin. Ja, wunderbar. So. Hackschnitzel. 31.000. Oh, da haben wir schon fast den Großcontainer von. Und noch wird das Zeug gut bezahlt. Okay. Na. Friss. 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 Ah, jetzt will er nicht. Doch, die will er noch. Und die greife ich jetzt mal von hier. Ja. Na, klappt doch. Klappt wunderbar. Habe ich da irgendwas eingeladen? Ah, ich hänge am Berg fest. Ist das hier gebüsch? Oder ist das hier... Nein. Hier ist doch was. Hier ist doch was. Ah, jetzt ist es groß. Ah, Mist, da sind die Sämaschinen drunter. Wie, ist der Anhänger schon wieder voll? So. Hier muss ich den ganzen Bergchen mal rausschieben. Ah, okay, jetzt habe ich mich endgültig. Okay, warte mal. Nochmal Anhänger ab. Ah. 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 So. Nein. Wo schießt du das hin? Ja, klar. Da komm ich nicht ran. Na gut. Dann muss ich mal versuchen, den Anhänger da wieder rauszukriegen. So. Okay. Junge, 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 Junge. Zweite Ladung. Also da werde ich den, äh, großen Auflieger brauchen. Den Absetzcontainer. Um das zur Scheude zu bekommen. Und nochmal. Und diesmal schnupsen wir von der Seite hier. So. Runterlassen, das Ding. Und weg damit. Jawohl. So. Super. Ah, da ist noch ein Stück Holz. Einsaugen. Und hier war noch was. Ah, da würde ich alles wegkriegen. Alles wegkriegen. Oh, guck mal, wie viel das ist. Das ist jetzt die dritte Anhängerladung. Das ist die dritte Anhängerladung jetzt. Da kriegt man wahrscheinlich mehr Geld für die Hackschnitzel. Ach, hier steht der Flug im Weg. Wo wird der Flug festgemacht? Da. Ach so, der Winkel stimmte nicht. Na gut. Das können wir alles ab. New Bards. Okay. So. Und jetzt einmal eine Ehrerunde drehen. Wir müssen an diesen Baum rankommen. Und jetzt komm, 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 komm. Oh. Oh. Wirklich? Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. So. Okay, das war's. Äh. Abschalten. Abschalten. Jetzt hab ich dich. Okay. Drei volle Anhängerladungen. Oh, 50.000 Liter. Ah. 50.000 Liter. Super. So. Mit O. Oh. 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 Jetzt stellen wir mal die HW-80 auch in die Ecke. Die lasse ich erstmal nur so stehen. Und wir holen den Absetzcontainer. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt hatte ich hier hinten alle verschoben gehabt. Dass ich da jetzt wieder... ...vernünftig rankomme. Ich klicke, klappt und X. So, haben wir noch Zeit, unsere Ernte zu genießen? Ja, die fünf Minuten überziehe ich jetzt. Die fünf Minuten überziehe ich jetzt. Und jetzt kommt Erwie Hackschnitzel. Zack, 58.000. 58.000 Hackschnitzel. Ich hab's alle gezählt. Jawohl. Oh, und davon passen wir 45.000 hier rein. So. Moin, Freunde. Es gibt Kleinholz. Und zwar ein ganz Kleinholz. Zack. Weg damit. Wie jetzt? Liegt's wohl gefälligst alles ab? Hallo? Warum legt ihr nicht alles ab? Mein Gott. Man kann sich aber auch haben. Wollt ihr nicht so viel zahlen, oder was? Kann ja nicht angehen hier. Ich mach doch die ganze Arbeit nicht. Damit die sagen, wir nehmen nur ein Teil davon. So. Ich hätte jetzt so gern den Rest. R und Start. Und damit wir auch jeden Rest nehmen, denke ich natürlich auch an das Zeugs, was die hier falsch beladen haben mit der Maschine. Dazu muss ich ganz schnell zu den grünen Deutz. Dem da. So. Ah, jetzt rösch ich wieder auf 13.000. Also nochmal 6 Sonadita drin. Das sieht ja cool aus. Haha. Oh oh. Oh oh. Ah, wunderbar. Gut. So. Aber ich würde sagen, unsere Zeit ist um. Wir verkaufen das nächste Mal. Ich bleibe exakt hier so stehen bis morgen. Und sage einfach, danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Das wäre dann morgen. Und see you later. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017